Moin Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu diesem neuen Clash Royale Video. Ja, lang ist es her. Ich bin wieder in der Aufnahme. Ich bin wieder Arena 9 abgesunken. In der Aufnahme war ich noch nicht mal in Arena 10, glaube ich. Aber ich bin jetzt auch Level 10 und spiele zur Zeit dieses Deck. Im Shop habe ich eine Legendary Chest, aber ich habe kein Geld, um mir Kacke zu holen. Ja, Kacke. Ich öffne mal die Silver Chest und habe auch nur Kacke drin. Dann gehe ich mal in die Wände an, für was noch kackiger wird. So, dieser Spieler scheint echt Kacke zu sein. Der Lava-Hund kackt der eigentlich auch. Ach du Scheiße. Nein. Oh, warte mal. Oh, der Damage. Sei doch nicht böse. Du hast 2000 wegge... Ne, 1000. 1000. Was ist das denn? Nein, ich dachte, der... Was? Nein, der hat einen Hinkopf. Ich auch. Du Scheiße, weißt du das? Du bist echt Kacke. Nein, komm. Executioner gegen Executioner. Guck. Ich habe auch Final Spiritus. Ich dachte, der lässt das Ernsthaft einfach so durchlaufen. Nein, ich kenne keinen Hamler-Changa. Prinz? G... 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 Was ist das? Ja, okay. Den Turm habe ich verloren. Den habe ich ja richtig hart verloren. Man kann es ja gar nicht mehr. Sag doch was. Komm her. Aber... Ja. Ja. Ich hole nicht. Alles klar. Okay, die Runde scheint fast verloren. Aber ich gebe... Oh. Oh, du kleine Drecksmisset. Ja, ich muss... Oh. Und jetzt macht er so Rakete. Wetten, der macht gleich Rakete auf meinen Elektromagier wieder. Der macht gleich 100% Rakete auf irgendwas. Auf Executioner. Äh, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Exeku... Oh. Gehen wir bloß weg damit. Geht bloß auf den Labern. Ihr Drecksschweiger. Ah, da haben wir eine Rakete. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt für ihn ein Bait war oder nicht. Mein Elektromagier lebt noch. Doch, den Kampf habe ich verloren. Oder? 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 Noch einmal Sepp drauf, Nede. Och. Ich bin zurück. Die muss ich auch, Sepp. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, der war gut. Der war gut. Der war richtig gut, Alter. Aber der konnte eine Rakete... Ja. Och, Scheiße. Secutioner. Ich lasse ihn... Ich mache Druck. Ich werde jetzt Druck machen. Hier, gibt es noch einen Poison und einen Sepp. Damit ich sicher gehen kann, dass diese drei Viecher auch sterben. Oha, guter Sepp. War das Predict? Ich habe es nicht mitbekommen. Aber dafür ist Schwendet nicht. Also, der wirft nichts Wahllos raus. Schade. Och, Mann. Der hat nur einen Henker Level 2. Wie kacke ist das denn? Riecht beschissen, Alter. Was? Oh. Unentschieden. Riecht beschissen, der Typ, ey. Wie oft habe ich eigentlich schön kacke in dem Video gesagt? Ich glaube, ich sollte einen Counter machen. Am Anfang des Videos. Oh, ein Level 9er. Oh, ho, ho, ho. David. David. Warum muss der auch Elite-Höber-Baren spielen? Ist das hier irgendwie... Na, ja. Ist klar. Und alles ist tot. Haha, wie schlecht. Richtig besch... So hört er sich an. So, die Bogenschützen nehmen erstmal weg. Einen Zap drauf kna... Ja, einen Zap drauf. Okay, der ist nicht gestorben. Hat der irgendwie super magische Kräfte oder so? Euch behalte ich hier. Und der Elektromang hier hat sich schön um die ganze Sache gekümmert. Und er sollte 1, 2 Hits... Yeah. Bester Mann... Sitz. Oh. Warum nicht? Ich meine, er hat mir jetzt die Möglichkeit... Ja, ha. Oh, richtig schön für mich. Richtig schön hier. Aber sein Magier stirbt nicht, oder? Doch, sein Magier ist tot. Was ein Opfero... Ich meine, seine Sachen sind gestorben, nicht meine. Okay, mein Lava-Hun war jetzt... also ihr könnt die emojis ihr könnt die emojis nicht hören weshalb ich sie nachimitiere also wundert euch nicht nicht denken dass ich nicht denken dass ich behindert bin bitte und bald kommt ja morgen kommt ja schon für mich von mir aus der zwei gegen zwei modus ich will ihn richtig hart aller noch die bogenschützen weggeholt der magier sitzt jetzt im gift der magier sitzt im gift ich wiederhole der magier sitzt im gift die elite war wahnsinn auch tot das habe ich gewonnen oder genau so wieder wiederholen oder was hat er denn hier alles ja seine truppen sind tot wenn ich das jetzt nicht so wie immer sollte ich seinen turm bekommen nein sein magier überlebt was an du mal ja okay das habe ich verkackt oder ja das habe ich nein er hat gewonnen aber so kacke übrigens so hat sich der eine aus meiner klasse eine tonne ja der mich mehr ja ich weiß dass sie mit einem verwechseln so ich weiß nicht jetzt weil ich ja schon ah ich weiß nicht ach ne princess apropos princess der lock wird schon wieder kacke gemacht hab ich den turm getroffen Keine Ahnung. Ja, ich hab den Turm getroffen. Oh, shit. Oh, ich nehm schon 10 Minuten auf. Eine sehr lange Zeit erwartet mich. Da knall ich dann doch lieber nochmal den Sepp an. Ja, das zum Thema Sepp. Oha, heftig. Nein, Princess. Sie wusste, dass es so nicht weitergehen kann. Darum habe ich sie getötet. Was tue ich bloß? Doch, ich hab Hanker Elektromagia. Und im nächsten Update wird das alles richtig kacke aussehen. Jetzt im Ernst. So richtig kacke. Der Hanker sieht aus wie so ein Vollidiot. Nur richtig fett halt. Und mit einer Axt in der Hand. So richtig kacke. So richtig kacke. So richtig kacke. Aber... Aber... Ja, das ist doch ein Argument, oder? Ja, das ist doch ein Argument, oder? Ja. Aber... Er hat keinen mitbekommen. So ein schlechter Sack. Oh! 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 Was ist das denn hier, bitte? Juhu! Ja, kennt alles meine schöne Stimme. Hey, die ist schöner als du, ja? Also... Sag nichts Falsches, ja? Dann kann man dich ja auch nicht sehen. Ja, logischer als Albert Einstein, Mensch. Ist das dein Ernst jetzt, oder? Kann man so einen Kommentar in ein Video nehmen, oder? Oh, ich wurde schon wieder besiegt. Nimm! Okay, diesen Kahn muss ich jetzt gewinnen. Denn sonst bin ich kacke. Ich mach mir grad umsonst Arbeit, ne? Immer wenn ich kacke sage, muss ich den Kacke-Counter immer um eins erhöhen. Kacke, 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 kacke. Nee, warte. Das war zu viel Kacke. Was mach ich hier? Oh nee, bitte spiel kein PK-3-Musketierleck. Das würde mich sehr hart deprimieren. Was? Die Prinzessin läuft erst nach 100 Jahren in das Gift rein, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Okay, nee. Den Turm hab ich verloren. Frag mich nicht wieso, aber ich hab ihn verloren. Und der ist sich schon so sicher, dass er einen Kobold fast auf... Okay, das hat einen Lacher für dich. Tut mir leid, aber das hat einen Lacher wirklich für dich. Okay. Hey, was ist das? Ach, ist das deine Kräle, oder wie? Ja. Ach ja, und diese Folge kommt auch ohne sämtliche Konservierungsstoffe wie doppelte Geschwindigkeit... ... oder weiteren. Schau mal, stirbt die Hexe? Ja. Oh mein Gott. Hab ich etwas ein... Naaaah. Nicht so hastig, mein Lieber. Mösch alles nur. Naja. Naja. Haaa. Ja, jetzt mal. Thanks. Was macht der da? Ich mach ihm jetzt alles nach. Glück nicht mehr. Was hat er da gemacht? Achso, das war... Achso, das war mein Zap vom... Achja. Das war mein Zap vom... Achja. Das war mein Zap vom... Alles klar. Weiter muss ich nicht verstehen, glaube ich. Ich hab genug gehört von mir selbst. Mach den Megaminion kalt. Oh mein Gott. Nein, der geht auf den Falschen. Ich meine, die Frau wirft sich eigentlich. Oh lol. Zwei Elektromagier. Was ist das? Leute, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach wunderschön. Und er wirft eine Rakete. Und ich hab seine Princess predicted. Also, was ist das denn für ein Match? Also... Hä? Hä? Hier ist ein Kobalt. Was? Mein Zap kam zu früh. Ach, er hat die Rakete. Hab ich auf Ordnung. Ah, ja. Noch ein Zap drauf. Dann wird sie erst recht sterben, oder wie? Jupp. Und ich hab gewonnen. Bitte. Bitte. Ja, danke Obama. Yes. Leid mir, dass ich gut bin. Oh, der war auch richtig scheiße. Weißt du das? Sonst würde ich ja lügen, ey. Kannst du mal. Meine Minions sind fast auf Level 10. Oh. Aber mein Zap ist erst auf Level 9. Ja, aber das war's jetzt mit dieser Folge. Crash Royale. Äh. Ich spinne jetzt nochmal. Äh, ne. Ich will Minions. Ich will keine spenden. Yay. Ich hab keine gespendet, oder? Ne, okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau. Nicht rein, tschau. Ja, haut bitte in meine Schwester rein. Danke, tschüss. Auf Wiedersehen.